Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Freunde, seht mich nicht an, es schaut unfassbar wasted aus. Ich war gestern lange am Auflegen und dementsprechend geht's mir heute. Freunde, meine Parodie der fünf Fashion-YouTuber im deutschsprachigen Bereich ist jetzt draußen und die Reaktionen, die waren... Also einige haben es komplett gefeiert, hatten den Lachflash des Todes, die Parodie ist so angekommen, wie sie sollte. Es gab auch wieder andere, die haben sich komplett auf den Schlips getreten gefühlt. Die haben hier von Hate gesprochen und von ich shoote hier gegen andere Leute, mache hier andere Leute schlecht. War viel Arbeit, wenn es euch gefallen hat, schreibt mir das unbedingt nochmal in die Kommentare. Aber liebe Leute, nicht vergessen, Anfang September, Mitte September, vielleicht kommt meine neue Modemarke NAM. Also schaut auf alle Fälle vorbei. Ich droppe auch auf meinem Insta-Kanal Max.ob.me immer wieder neue Informationen. Wir werden natürlich auch hier auf YouTube nochmal darüber sprechen, bevor es richtig losgeht. Ich freue mich schon extrem, aber ich kann es euch gar nicht sagen. Danke, quatscht. Genug gequatscht. Wir starten mit einem weiteren Reaction-Video. Übrigens das letzte Reaction-Video mit richtig schlechter Quali. Ja, ich weiß. Ich habe die schlechte Tonqualität auch ins Herz geschlossen, aber Freunde, ich habe mir ein Setup gekauft, um mehrere hundert Euro, um hier bessere Reactions für euch aufnehmen zu können und vielleicht zukünftig auch zu streamen. Wer weiß. Wir teilen heute... Was schauen wir uns eigentlich an? Jawohl, wir sehen uns heute an die Rich Kids in Hamburg. Ein Video von Leon. Vor drei Stunden hochgeladen worden. Sie mögen auch früh dran. Ja, was ist dein Name? Christian. Okay, also was ich hier gleich mal sehe, ist ein Dior-Shirt. Finde ich mega cool mit diesem gekritzelten auf der Brust. Habe ich mir auch schon überlegt, ob ich es kaufe. Ich glaube, 450 Euro kann das sein. Ja, da ist es schon. 450, jawohl, ist schon nice, gell. Backprint Christian Dior Paris. Schon cool, kann man sich überlegen. Vielleicht kaufe ich mir das noch. Was sehen wir noch? Ich bin kein Sonnenbrillenexperte, aber ich sehe auf jeden Fall die Rolex auf seinem Unterarm. Dayjust vermutlich. Where are you from? I'm from Denmark. From Denmark? What are you doing here in Hamburg? Just visiting. Ich finde es auch mega cool, wie er diese Ärmel aufgekrempelt hat. Ich mag das auch immer wieder gerne. Just visiting. Okay, you have a very nice outfit. Ich finde, man sieht... Jetzt labere ich ewig über das Dior-Shirt, aber ich finde es einfach wirklich bombe. Ich finde auch, man sieht an den aufgekrempelten Ärmeln, wie dick dieser Stoff auch ist. Nicht wie dieses Dreck-Shirt, wo der Stoff einfach mega dünn ist. Da sind jetzt schon... Da sind überall schon Flecken drauf. Ich kann das nicht mal in der Waschmaschine waschen, also das muss ich... Handwäsche, Bruder. Handwäsche, du weißt. Danke, danke. Let's start with your shoes. When did you buy your shoes? Ja, English Skills auch bei Lyon am Start, wie man hört. Also nicht nur Mahan der Pros, sondern auch der Lyon. Und hier natürlich die Dior-Sneaker, Low-Top-Sneaker, die finde ich auch bombe. Gefallen sie, aber... Also ich trage sie High-Top lieber, aber mit dieser Chino-Hose und den weißen Socken und dem Dior-Shirt dazu bombastisch. Preislich weiß ich jetzt nicht, 650, 750, sowas. In der Dior-Store in Milano. How much money for the shoes? How much money for the shoes? I think it was 750 Euro. That's a new collection, right? Yeah, it was from Kim Porter, actually. Designed those. Yeah. Okay, nice. Your pants. Yeah. What brand is it? It's a Danish brand. It's called 100, actually. It's called 100? Yeah, 100. Okay. How much did you pay? Also 100? I think about 200 Euro. 200 Euro. Okay, nice. Do you have a belt? No, no belt. No belt. Let's come with elastic. Okay, easy. Mega stabiles, cleanes Outfit, finde ich. Sehr, sehr cool, aber wir kommen sicher noch zur Uhr. Er hat auch hier New York Yankees tätowiert. Seht ihr das? Your T-Shirt, I like that. Yeah, it's also from Milan. Also from Milan und Dior. Can you show from the back? Ja, mega geil vorne. Auf jeden Fall wird das gekoppt. Das ist schon ziemlich nice. Wow, was steht da? Christian Dior Paris. Who's? Okay, nice. How much money? 450 Euro. 450 Euro. And how's the quality from Dior? I think it's good. It's good? It's good, yeah. I like it. Okay, nice. Your watch, what's that? It's a Rolex Datejust. Datejust? Two. 41 mm. Okay. Okay. Ich muss nochmal zurück. Ist die Goldsilber gewesen? Das wäre nämlich das erste Mal. Ja. Das erste Mal, dass mir eine Goldsilberne Uhr gefällt. Ich finde aber sein Style auch bombastisch. Ich finde echt, dass der richtig nice angezogen ist. Wirklich cleaner fit. No joke. Rolex. Jetzt sag ich schon. No joke. Wahnsinn. Datejust? Datejust? Two. 41 mm. Okay. Yeah. How much money did you pay for the Rolex? I think about 11,000 Euro. 11,000 Euro? Yeah. From the Rolex store or from... Where did you buy it? I bought it from a Rolex, official Rolex dealer. Not an official Rolex store, but one of the... Official Rolex dealer? Yeah, exactly. Like the one you have over here. Does the price from the day class increase or decrease? I think it's like... Also, Vokabular hat er. Nur die Aussprache ist sowieso. Typisch deutsch einfach. Oder typisch österreichisch auch. Es gibt so viele, die bei uns genauso reden. Das ist einfach so witzig. I've been the same for a few years, but I think Rolex prices go up a bit every year or like every third year or something. So it will increase, but it's not a watch that adds value, because it's not a special model like... Mir gefallen Datejust immer mehr. Ich bin jetzt echt schon am überlegen, ob ich mir noch eine hole, weil für 11k kann man nichts falsch machen. Aber andererseits gibt es dann so viele andere Dinge, die ich gerne mit den 11k mache, wie zum Beispiel Bitcoins investieren. Das wird halt schneller mehr Geld. Wobei Rolex auch eine Wertanlage... I don't know. Also, schreibt mir in die Kommentare, wenn ich mir noch eine Rolex holen soll. Okay. Okay, nice. Your ring. This is a... Can you show a little bit? This is actually from my girlfriend. Ah, okay. Der hat aber ein spendables Girlfriend. So eins würde ich auch nehmen. Is it a diamond ring? Yeah, it's golden diamonds. Oh, nice. Show me an... Is it a stone missing? Yes, it's a stone missing. And that's like... It has a history, so... Ah, okay. And how much money for... You can't add a price to that. It's like it has a... Er weiß nicht, was er ein Geschenk ist. It was given from heart, so... Ah, okay. So 1000 Meter how much it costs. Ja, exactly. Okay, easy. Guck mal, was der Preis... Was der Ring kostet, Leute. Und rechnen das auf jeden Fall mit der... So ein Bisser. Er sagt, ja, da kann man kein Preisschild dranhängen. Das ist ein Geschenk, das von Herzen kommt. Und Leon einfach so... Ja, Freunde, ich schau einfach nach, was das kostet und schreib mal den Preis da rein. Und er versteht es nicht mal, weil er da dener ist. Okay, your chain. This is a gold chain. Gold chain, yeah. With the Virgin Mary here. Yeah. How much money for the... I don't know. It's sold, so I can't remember how much I pay. It's 18 Karat, so... Ah, okay. Kein Plan, Leute. Ich muss ja auch dazu rechnen. Ähm... Your glasses... These are no name with glasses. These are no branded. So these are actually... 10, 20 years. Yeah, probably 10, 20 years. I don't know. Okay, perfekt. Do you have anything else? No. Nothing else. Okay, Leute, Gesamtpreis bin ich jetzt hier mal ein. Ich muss sagen, ein freshes Outfit, Leute. Die neue Dior-Kollektion gefällt mir relativ gut, muss ich sagen. Wenn es Fisch hat, hat was. Wie heißt du? Meine Andersen... Ja, Wahnsinn! Wen haben wir denn hier? Der kleine Bruder vom Lilano. Mark. Mark. Ja. Wobei, es so ein bisschen, als würden Lilano und Prinz Markus von Anhalt ihre Gene in einen Topf sch***en. Boah, ich bin schon wieder richtig krass drauf, Freunde. Okay, okay, okay. Ich werde nicht doch schon mal ein Video auf der Hypercon, ne? Genau, das. Was hat er da an? So ein bisschen The Seagirl-mäßig. Keine Ahnung, was das ist. Erinnert mich ein bisschen an Dolce und Cabana. Nein, ich weiß nicht. Was geht hier in Hamburg heute? Chillen, shoppen, ist jetzt noch nichts gefunden, aber mal sehen. Ja, hast du irgendwas Bestimmtes, was du dir kaufen willst, oder? Einfach noch nicht, ich hoffe. Leon heute im Herren-Style unterwegs mit seinem langen Code hier. Vor allem der Europa-Passage und was ich. Okay, bla bla, was der privat so unternimmt, interessiert uns nicht. Exakt. Ich sehe schon, er sieht nach unten, also jetzt geht's los. Generell so ein bisschen was Auffälliges, so, ne? Ja. Das wäre so. Was hast du für Schuhe? Philipp-Lein-Schuhe. Gefällt mir sehr gut. Wie hat sich mein Kollege Zaka vor kurzem gekauft? Kostet so 400, 500? Ich weiß nicht mehr, ich habe sie schon ein bisschen länger, ja. Ja, um die 500 laufen, ja, so ein paar kleine. Ja, okay, nice. Was haben wir noch? Deine Hose? Ganz spannend, H&M. H&M, nicht Zara? Nein, A&M. Komm, Zara haben wir bei uns gar nicht. Zara gibt's vorhin in Basel gar nicht. Ja, doch, aber zu teuer halt, das lohnt sich nicht. Und deswegen gehe ich in Deutschland um A&M's doch. Okay, bla bla. Armani? Ja, Armani feiere ich auch nicht, habe ich noch nie gefeiert eigentlich. Das war immer so eine leichte Prolo-Marke. Und ich finde Deutsche und Gabana und Emporio Armani, das waren einfach so die Dinge, die du einfach irgendwo auf den Kirtagen bei diesen ganzen Ständen, ich hoffe, die Deutschen wissen, was ein Kirtag ist, bei diesen Ständen bekommen hast für 10 Euro und den hast du dann noch auf 5 Euro runterhandeln können. Also so habe ich diese Marken kennengelernt und deswegen Finger weg. Mein persönlicher Eindruck, ja, also ich bin davor belastet. Auch sehr schön, finde ich. Ja, keine Ahnung, interessiert mich nicht das Outfit, schauen wir mal weiter. Versace, okay. Okay, jetzt hängt alles, danke Interess. Scheißdreck! Hallo! Hallo! Nur 450 Armani, passen zum Armani-Gürtel, Leute. Ja, na ja. Sorry, wenn euch das interessiert, aber mich interessiert jetzt gar nicht. Schaut euch das Video an in der Infobox verlinkt, wenn ihr den Vogel weiterhin sehen wollt, was der so anhat. Seine bunten Fäder begutachten könnt in der Infobox, wir schauen mal, wer da noch so kommt. Ja, 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 pass. Das ist Emil. Okay. Jetzt kommt der Emil! Du hast ein bisschen Fisch und Sog, dann muss ich sagen, schon. Aber Wunder ist ja gar nicht warm. Das geht. Schaut euch bitte mal die Leute an. Also, wenn Frauen kurze Kleidung an haben, dann muss es warm sein. Also, sie hat hier kurze Hosen, da kurze Shirt, auch er steht im kurzen Shirt da hinten, die ältere Dame, die dann prinzipiell eher ein bisschen frischer ist, auch kurz. Und er kommt einfach mit der Montclair Taunenjacke, mit dem Taunengelee und einem langärmlichen Sweater. Also, wenn dem nicht heiß ist, ist es hier heiß. Es geht. Also, man weiß ja nicht, Hamburg. Mal Rieken, das ist mein Leben. Man weiß nicht. Ah ja, okay. Lass uns auf jeden Fall. Da geht er gar nicht mehr näher drauf ein. Bei deinen Schuhen am Fahren? Ja. Wo ist's? Okay, Balenciaga. Ich hab für die 450 gezahlt. Ja. Woher? Äh, Alzaoos. Alzaoos. Genau. Okay, entspannt. Und sind die bequem noch? Ja, ne? Ja. Ich höre immer, die sollen am Anfang so extrem unbequem sein. Stimmt das? Ja, das stimmt. Echt jetzt? Ich höre immer, die sollen am Anfang so extrem unbequem sein. Stimmt das? So extrem unbequem? Ich finde es so witzig, wenn Leute es statt Q sagen, also unbequem, Quelle, ein Quantensprung. Okay, ich mache mich heute extrem lustig darüber, wie die Leute reden, aber wer mich privat kennt, ich finde einfach Sprachfehler irrsinnig witzig. Und wenn man sich verspricht, das finde ich auch extrem witzig, wenn Leute was komisch betonen, finde ich das umso witziger, aber ich mache mich da bei meinem eigenen, also ich nehme mich da auch selbst bei der Nase und finde auch meine eigenen Sprachfehler sehr, sehr witzig. Also das sind einfach Dinge, die unterhalten mich. Es gibt Leute, die finden es witzig, wenn einer furzt, ich finde es witzig, wenn sie gerne verspricht. Hey, was haben wir noch? Wesse. Okay, Wesse. 700. 55, 115. Boah, ich kenne mich gar nicht aus. 415. 45, 15, 15. Monkler ist echt sowas. Näää. Ja, die D-Squared-Cap am Kopf, klassischer Icon-Cap-Stempel, den können wir natürlich auch nicht vergessen. Uhr. Die Uhr von normalen. 415. 45, 15. Automatik nennen. Das geht mal los. Okay. Das weiß man doch. Vor allem, warum lacht ihr auf diese Frage? Ist das eine Automatik? Weiß ich nicht. Wie kann man das nicht wissen? Musst du Batterien reingeben oder bleib die Uhr stehen, wenn du sie zu lange irgendwo liegen lässt? Okay, was haben wir noch? Tamino. Capi. Cap und Icon. Ja. 115. 115 Euro. Hier bei Mynthos gekauft? Ja, auch von Mynthos. Okay, spannend. Was haben wir noch? Das war's, oder? Ja, mit dem Autos ist sehr geil. Zahnspangen auch mega teuer. Könnte man da noch reinnehmen. Perfekt. Okay, Emin. Leute, Gesamtausgleich sind 40 Jahre alt. Emin. Nein. Emin Freshers Outfit. Und damit sind wir fertig mit diesem Reaction-Video. Ich muss dazu sagen, Resümee. Der erste hatte den coolsten Fit von allen. Also der hat mir am besten gefallen. Der zweite, den kannst du vergessen. Ja, also ich weiß nicht, ob der als Kind zu viel mit Faber Castell gespielt hat und das hängen geblieben ist. Aber da noch nicht mein Fall. Dieses schlecht kombinierte, bunte, es muss einfach gut abgestimmt sein. Und wenn du so viele Farbtöne ineinander mischt, dann kannst du damit auf die Love Parade gehen, aber nicht auf die Straße, meiner Meinung nach. Aber rein meine Meinung. Liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schaut auf Instagram dabei. Seid am Stiesl, denn jetzt wird es spannend. Wir gehen in die entscheidende und letzte Phase, kurz bevor meine neue Marke MAM droppt. Also seid auf jeden Fall am Start und immer informiert. Danke fürs Zusehen. Das war's für mich, euer Max Abilier.